Ich hatte keine Bremse, ich hab mal Vollgas gegeben. Ich muss immer auf 1000 sein. In allen Sachen, Fußballplatz und außerhalb des Platzes. Bis zum Umkippen haben wir gespielt. Todmüde, hast vielleicht die Knie aufgeschifft, bis es die Sonne untergeht, bis es kein Licht mehr gibt. Es gibt nicht mehr viele, die aus dem Straßenfußball Superstars werden. Das war so der tiefste Punkt meiner Karriere. Ich habe überlegt aufzuhören mit Fußball. Ich weiß nicht mehr, wer mir nah war. Weiß ich nicht, es war so ein Blackout. Boom! Boom!